Sie sind beide fort. Die zwei, die ich am längsten gekannt habe. Ich habe sie verloren. Lexi? Sie ist nicht durchgekommen. Genau wie Markus. Und ich weiß, dass das kein Zufall ist. Das war wohl die Aufgabe, die sie noch hatte. Und Damon, er hatte endlich, was er wollte. Er war glücklich. Er sollte bei uns sein. Du hast gelogen, Damon. Auch wenn ich mich entschuldigen wollte, könntest du mich nicht hören. Also tue ich es auch nicht. Bitte verlass mich nicht. Ich habe leider keine Wahl, Baby. Du bist absolut das Großartigste, was ich erleben durfte in meinen 173 Jahren auf dieser Erde. Und dass ich in dem Wissen sterben darf, dass ich geliebt wurde. Und nicht von irgendwem. Von dir. Alayna Gilbert ist für mich der Inbegriff eines erfüllten Lebens. Und das hätte nicht noch besser werden können. Das war perfekt. Ich liebe dich, Alayna. Das war alles eine Lüge. Es gab für mich nie die Chance, nicht mehr Anker zu sein. Wenn die andere Seite verschwindet, verschwende ich mit ihr. Du.